Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar... Let's Play... ...Sport 4. The Syndicate. Genau. Ich hab noch keine Ahnung von diesem Spiel. Die beiden spielen das schon ein bisschen länger. Und ich weiß, dass ich erschießen kann. B. Bumm. Bumm. Wir sind jetzt alle auf... Freddy, guck unter der Tür durch. Okay, also wir gehen jetzt voll taktisch vor. Ach, ich mach mal kurz ne... ...Post oder Bild hoch. Ich mach die Fischicam an. Fischicam? Was für ne Fischicam? Bild hoch kannst du noch Kameras zuschalten, aber ich glaub, das ist zu viel für dein PC. Ah, ist frei. Okay, dann go, go, go. Ja, die ist zu. Wer will die auch mal von euch? Mir ist das egal. Also ich hab eine AK mit Holopoint geschossen, eine... ...Baretta, also 9mm, mit Full Metal Jacket oder ansonsten... ...den üblichen Scheiß. Was ist denn so? Ich hab ne Shotgun mit Panzerdurchdringling geschossen. Pistole mit Stahlmantel geschossen. Das hab ich sonst noch den üblichen Scheiß halt, ja. Ja, und äh... Ich hab ne SMG, 45mm Munition, ähm... ...Holocaust und... ...n Revolver Full Metal Jacket. Schleicht ihr oder geht ihr ganz normal? Also ich schleiche jetzt gerade. Hat einer von euch leise Waffen mit? Nein. Okay, ich auch nicht. Also hier ist erstmal frei der Flur. Vorsicht! Nach unten. Da unten ist jemand. Hast du ihn erschossen? Ja, klar. Er hat erstmal... ...wird so weggerannt. Achtung, hier sind drei Leute und ne Geisel. V. Licht. Auch Licht. Da um die Ecke ist gleich einer. V ist kein Licht, Kishi. V ist kein Licht, L ist Licht. Ne, L. Bei mir ist V, ey. Äh, ich hab irgendwas geworfen. Ich auch! Ach, der Glowstick. Der liegt da am Boden. Ich hab keine Ahnung. Ich hab Angst. Ich glaub der... Der Typ, der könnte die Geisel erschießen. Kishi, Kishi! Er ist besessen, er ist gerade gedreht. Was? WTF? Wie ist denn nochmal Licht? Ich hab keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Er ist weggerannt. Ja, wir sind auf jeden Fall ziemlich gut vorbereitet. Ja, wir sind echt... Ich hab die Geisel. Ich hab die Geisel. Gut. Wie kann ich die Geisel festnehmen? Ich... Erstmal die ersten drei Schüsse komplett verpeilt. Wie kann ich eine Geisel festnehmen? Ich hab keine Geisel erschossen. Äh, Haar ist, glaub ich, Handschelle. Ja. Okay, die, äh, Leiche, äh, die ist festgenommen. Geh mal kurz auf die Freddycam. Hab sie reportet? Ich auch. Ich hab hier drei Leute umgebracht, glaub ich. Kishi, stehst du grad safe? Alle sind bewaffnet gewesen, Kishi. Ich muss dich töten. Safe? Ich weiß nicht. Wie komm ich auf die Kamera? Ich geh mal ganz kurz in die Optionen und guck mal, wie man Licht anmacht. Was hier natürlich nicht steht. Okay, kann ich wahrscheinlich. Wir sind richtig personelle. Ja, sind wir. Ähm, Fisch, ich bin hinter dir. Ähm, Fisch, ich bin hinter dir. Ah, okay. In dem Raum vor uns ist, soweit ich sehe, keiner. Man spielt übrigens auf Englisch, weil's da billiger war. Äh, Target Flasher ist auf V. Ich hab keinen Flasher wahrscheinlich. Okay. Kishi? Mit manchen Waffen hat man keines. Drei, zwei, eins. Oh, scheiße, ich hab ne Geisel angeschossen. Das ist keine gute Idee. Ja, aber ich hab sie nur angeschossen. Ach, das ist nur ein ungerechtfertiger Einsatz von Gewalt, das geht. Ah, wo ihr seid? Ja. Äh, wir sind oben über der Treppe weiter nach links gegangen. Haben zwei Geiseln. Äh, geh du rechts, Kishi. Da rechts. Da war ich schon. Okay, also gehen wir jetzt hier lang. Ja. Da war jemand. Der ist aber geflüchtet. Kishi, du links, ich rechts? Also ich hab eine Person auf jeden Fall angeschossen und wurde nicht getötet. Du links, ich rechts? Ja, kann man machen. Go, go, go. Ah! Ich bin tot. Ich auch. Scheiße. Aber er ist verwundet. Wo ist der? Der hat uns beide gekriegt oben, wo wir waren. Ähm, oben. Da ist er noch nicht. Nein, geht er weiter. Sollen wir ghosten? Da um die Ecke. Weißt du, da durch die Tür. Da ist noch niemand. Du kannst da einfach durchgehen. Da ist niemand. Okay, da kannst du auch durchgehen. Hä, wo denn? Geh einfach weiter. Geradeaus. Geradeaus. Weiter geradeaus. Das sind alles noch keine Hindernisse. Keine, keine Leute die sich töten. Wir haben alle geiseln bisher. Rechts. Da ist in diesem Raum. Da kommt man, wenn du jetzt dann links gehst und dann nochmal rechts kommt man da rein. Da wurden wir erschossen. Von dem Hurensohn. Oh, scheiße. Vorsicht. Da ist er. Ja, der ist es. Ja, der ist scheiße. Der hat uns beide erschossen. Wow, scheiße. Oh, scheiße. Er wollte sich hier geben. Egal. Er lebt noch. Er lebt noch. Der Polo Point hat sich sofort getötet. Ja. Da liegen wir. Und wie es in dieser Sicht weitergeht, könnt ihr bei Freddy sehen. Viel Spaß. Tschüss. Was? Und damit herzlich willkommen zurück. 5 FPS. Moin Heu. Hallo, willkommen zurück. Wieder. Alter Kischi, ich will dir grad echt in den Kopf schießen. Einfach so BÄM. Bloß, dass das Freddy ist. Du bist zu Freddy hingegangen, weil er dich geschlagen hat. Danke. Wichser, ey. Wichser, ey. So. Kann man selbst Wort machen. Du gehst durch die Tür, setzt ein C2 vor. Vorher. Ich hab keinen C2. Wo? Du wirst gleich abgeschossen. Warte nur. Ja. Danke. Tschüss. Nach ner Bombenstimmung an hier, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zu SWAT 4 nach der letzten besten Runde der Welt. Was euch alle. Gehen wir jetzt wieder taktisch vor. Machen wir nicht. Ich hab ruhig zu Sniper. Warte. Ich will gucken ob hier oben noch weiter geht. Ah, ein Skype wurde in der Datei übertragen. Danke Skype. Okay. Ich hätte meine Skype-Töne ausschalten sollen für das Let's Play. Also es geht noch ne Tür oben weiter. Ein Geiselnehmer links. Ah, scheiße. Was denn? Bombenbör. Ich hab die Bombenzeitung aktiviert. Äh, links ist ein Geiselnehmer oder ein Typ Kishi 13. Okay. Ah, scheiße. Chat. Ähm, links? Okay, dann erschliess ich ihn, wenn Kishi die Tür aufmacht. So, jetzt? Er ist tot. Ohne Vorwarnung. Ungerechtfertigte Einsatz tödlicher Gewalt. Das gibt Minuspunkte. Das ist mir so egal. Ich sag ihnen doch nicht vorher. Hey, willkommen. Schieß auf mich. Musst du aber das Wort. Mach ich aber nicht. Ja, weiß ich. Danke. Ich mach jetzt Freddy-Kern wieder an. Am besten geht immer von diesen beiden weg, weil die bringen nur Unglück. Sie töten sich entweder gegenseitig oder sie werden getötet. Wenigsten sterben wir zusammen. Hier ist niemand. Okay. Das ist gut. Dann lass da reingehen. Ja, wir gehen aber noch leise vor, ne? Also... Leise. Nachdem du die erste Person... Mit der Schall gedämpft Waffe erschossen habe. Ich schalte meine... Okay, Kishi, guckst du da rein? Guckst du da rein? Ja, okay. Ich guck mal auf die Stapi. Da ist jemand drin, oder? Ne, das ist... Geisel, glaub ich. Da ist ein Fernseher. Okay, hier ist... Hier ist niemand sichtbar, aber da ist ein Schrank, der im Weg steht. Ich geh mal rein. Mach das. Okay, hier ist keine drin. Hier ist auch niemand. Scheiß Radio! Kishi, laute Waffen sind nicht gut. Hier ist niemand. I don't care. Hier ist niemand. Okay. Ich guck jetzt mal hier rein, in die 622. Mach das. Ich sehe ja so lange den Gang. Ja. Ready, wo bist du? Okay. Weiß ich noch nicht. Da hinten steht jemand. Ich weiß aber nicht, was das ist. Was ist das? Okay. Welcher funktioniert über den Opti-Wand einfach? Das sieht aber aus wie eine Geisel. Du warnst ihn, ich ziele. Okay. Drei, zwei, eins. Verschlossen. Oh, scheiße, okay. Okay, dann knacken wir die Tür. Ja, aber nicht aufschießen. Knacken, ja, ja. Ne, ne, wir gehen jetzt zur Eise vor. Wir sind jetzt ganz professionell und knacken das. Ja, deshalb nehme ich jetzt auf der Submaschine gar nicht schallgedämpft. Okay. Drei, zwei, eins. Zack. So, ich schleiche einfach durch. Okay. Ja, zur Vorträge. Geht fortsetzt rechts. Wo? Er hat auf mich geschossen. Ich habe nicht gewarnt, aber er hat auf mich geschossen. Ja, ne, okay, wenn er auf dich schießt, dann glaube ich, ist das schon in Ordnung. Hoffe ich halt zumindest. Ich fessel den mal da. Ja, mach was. Und melde ihn auch. Ich komme dann kurz in die Küche. In der Küche ist... Ach, das ist ein Badezimmer? Hier ist kein Badezimmer. Ich wollte gerade sagen, Küche. Wie kommst du jetzt auf Küche? Äh, Lampe war V? Ja, V. Ja, V. Gut, dieses Mal haben beide meine Waffen Lampe, okay. V wie Vergewaltigung. Aber schnell wieder ausmachen, ne? Nicht, dass uns einer sieht. Auf B schlägt man zu. B wie Boxen. Okay, hier ist, ähm... Wem hast du es gerade gesagt? Einfach... Einfach mal in den Raum geworfen. Okay, Moment. Ich guck mal hier lang. Ja, ich habe derweil immer die Freddy-Camp aktiviert. Damit wir auch noch sehen, was er macht. Oben rechts drin ist... Macht man das, oder wie macht man das? Bild auf. So wie ich sehe, niemand. Aber das ist genau das gleiche Zimmer wie eben gerade. Ähm... Das ist doof. Wir gehen rein. Ich gehe ins Badezimmer. Du rufst, äh... Polizei und wenn jemand drin ist... Du solltest übrigens auch Polizei rufen. Wie geht das? Äh, mit der Maustaste. Okay. Mach mal Tür auf. 3, 2, 1, los. Oh, verschlossen. Danke. Gibt es hier, Küche? Das weißt du bestimmt, ne? Nein, aber viele. Zu viele. Wahrscheinlich schaffen wir es jetzt schon nicht mehr. Hast du auf? Die meisten sind oben. 3, 2, 1, los. 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 Okay, los. Ja, das läuft. Okay, hier ist niemand. Okay, ich guck die nächste Tür nach, ich guck die nächste Tür nach. Ich guck die nächste Tür nach. Äh, hinter der Tür ist ja immer, soll ich mit einer Shotgun reingehen? Ja, auf jeden Fall. Und dann warnen vorher, ne? Ja. Du schreist ihm direkt ins Gesicht und danach schießt ihm direkt. Hier ist niemand. Genau so. Oh. Schön. Dann gehen wir mal durch. Ah, die ist auch verschlossen. Ja, ich hab grad schon... Oh scheiße, Freddy ist tot. Das ist schlecht. Mit der Shotgun kann man niemand töten, oder? Mit welcher? Mit der... Mit der... Durchbruchshotgun geht schon, aber dann brauchst du mehr Schüsse, viel mehr. Und dann brauchst du vor allem sehr nah dran stehen. Mir fällt... Oh. Das ist jetzt doof. Freddy! Das ist jetzt ungünstig. Ah! Gesehen? Er ist tot. Was ist doof? Naja, du lagst da und ich dachte der Kerl ist irgendwo und schießt es ab. Wo ist deine Waffe? Ach, der hat es eingesammelt. Leute, und wenn ihr wissen wollt, wie die mir so weitergeht, dann müsst ihr bei den anderen beiden Idioten vorbeigucken. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay, ich guck, äh, hier rein, du... Da war ich schon überall. Ach so, das ist gut. Dann... Überall. Auch da hinten bei der... Bei der Baustellen-Dings da. Weiß ich noch, ich glaub da noch nicht. Dann, äh... Komm, wir gehen jetzt den Sturm über. Scheißegal. Ne, okay. Ach, das ist völlig ein Toter. Von hier bin ich gekommen. Gut, dann guck ich noch nach da hinten. Ne, ich guck noch mal nach da hinten. Geh du so lange schon mal hoch und check die Lage. Danke gern, das war grad der Anfang, wo du... Nein, hier lang. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Okay, hier ist auch keiner. Wie kann ich sprinten? Gar nicht. Ach, ich sprinte schon. Ja, ich kann noch schleichen. Ja. Typ sieht aus wie der Monopolyer. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch oben alles clearn und dann haben wir die Mission geschafft. Ich hab noch nie eine Mission geschafft. Bombenzeituhr, oben rechts. Vier Minuten. Ja, vier Minuten, läuft doch. Wir haben das untere Stockwerk in vier Minuten gemacht. Oh, Alter, ich hätte dich grad fast abgeschossen. Aus Reflex. Sorry. Was ist denn? Ich bin erschrocken. Plötzlich war da ein Fisch. Wart hier unten schon? Ganz unten? Ah! Alter, da war ein Wichser, Alter. Gib mir mal bitte Deckung, ich muss die Bombe hier entschärfen. Ja, ich geb dir Deckung. Ich hasse diese Leute. Hier oben sind jetzt nur zwei Türen. Oh, oh. Ah, scheiße! Oh, gut. Gut. Deswegen mach ich immer die Fishycam an, damit ich sehe, ob er stirbt. Hast du die AK eingesammelt, Kirschi? Ja. Bringt das Pumpe? Ich dachte, du hast einfach so weggerutscht, dachte ich, du hast nie eingesammelt. Doch. Okay, da ist er noch. Ich hab ihn gesehen, er ist weggelaufen, der Wichser. Alter, hier ist ne Bombe, ich entschärfe. Ich safe dich. Danke. Jetzt kam erst die Meldung von wegen, hey, hier sind überall Bomben und hey, wir entschärfen das Zeug selbst. Obwohl der Bombentimer schon seit Ewigkeiten läuft. Der geht übrigens genau dann los, wenn man diese Bombe im Mittelstockwerk findet. Deswegen war das doof, dass du da hochgegangen bist. Aber das konntest du nicht wissen, von daher. Sorry, das ist lieber. Konntest du ja schon. Wodurch? Habe ich erschossen. Och, du Scheiße! Nice one! Okay, und wie es weiter geht's? Dir bei den anderen. Tschüss! Jo, herzlich willkommen zurück. Part 3. Part 1, Teil 3. Was auch immer. Dann scheiß auf Intros für eure Abonnenten. Scheiß auf eure Abonnenten. Ich hab's aufgenommen so voll Idiot. Ja, okay. Dann war das jetzt eigentlich Singular gemeint. Wir können übrigens die Mission einfach verlassen. Ja, ich weiß, das geht dahin. Okay. Aua! Was hast du gemacht? Ihr habt euch nachschlagen, oder? Okay. Nein. Halt's Maul. Was zum... Ich mag das nicht. Okay, lassen sie den Operationssaal gehen. Moment, DOA. DOA. Dead on arrival. Das ist noch ein DOA. Links? Links die kleinen Räume erkunden? Ja. Freddy, geh du da mal hinten rein in die Tür und guck nach, was da ist. Employees only. Ich seh von hier aus nichts. Employees only. Siehst du jemanden? Noch nicht. Guck mal auf die Wand rein. Vielleicht seh ich da mehr. Kishi, geh mal bitte aus dem Weg. Ich will rein stürmen. Ich wollte eigentlich auch gerade reingucken. Ja, ich guck doch schon mit dem Ding im Ziel. Das ist doch... Also, ich seh nichts. Okay. 3, 2, 1. Ja. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Moment. Ah. Ne, ich seh nicht. Hä, wieso konnte ich nicht rein und du schon? Weil ich der Meister des Servers bin. Ach du Scheiße! Was zum? Was war das denn jetzt bitte? Ich, ich schieße mit der Taser direkt in die Fresse. Tschüss! Tschüss! Here funnisch! Er gehört zu einer Sonnenberg, zur vers Podendo. Kaassemble gesucht站. Wie sicher sind wir keine Schafe? Die LAUGHTER